Auf Ebay ergattert wurde dieser 35 Jahre alte Bausatz von Revell in die Sammlung von Schiffsmodellen aufgenommen. Anfangs ist festzustellen, dass sich die Art der Verpackung bis heute kaum verändert hat. Die Schiebebilder sind über die Zeit etwas spröde geworden, ebenso wie einige der Kunststoffteile. Trotz Lagerung in der Verpackung sind einige dieser Bauteile bereits vergilbt. In damaliger Zeit hat Revell die Fenster des Schiffes nur angedeutet gestaltet. Gut, dass es heute permanent Marker gibt. Die Wasserlinie ist im Modell nicht geprägt. Der Schiffsrumpf wurde auf Höhe gebracht und die Linien entsprechend eingezeichnet. Mit Kreppband abgeklebt werden die Übergänge zunächst mit der Grundfarbe versiegelt. Somit wird das Unterlaufen der neuen Farbe verhindert. Der weitere Aufbau der einzelnen Bauteile gestaltet sich recht einfach. Die Bauanleitung mit der Aufbaubeschreibung ist sehr verständlich. Für damalige Zeit, wahrscheinlich schon sehr aufwendig, ist das Modell dennoch recht schlicht gehalten. Wahrscheinlich in der Schlichtheit begründet, hält sich die Fehlerquote in der Beschreibung sehr in Grenzen. Im Grunde wurde nur ein Fehler festgestellt, der sich allerdings erst nach der Montage als ein solcher herausstellte. Die Bauteile 24a und 24b wurden in der Bauanleitung seitenverkehrt dargestellt. Und einmal verklebt lässt sich dieser Fehler nicht mehr korrigieren. Zusätzliches Material musste eingefügt werden. Stück für Stück geht es mit der Montage weiter. Für die Fenster auf dem kleinen Oberdeck sind Schiebebilder vorhanden, sodass diese nicht zuvor mit Farbe gestaltet werden müssen. Für die weitere Ausstattung liegt ein Binnfaden bei. Wer kein Freund von einem Faden ist, für den gibt es eine andere Lösung. Dünner, einadriger Schaltdraht wird abisoliert und er wird unter vorsichtigem Zug mit einer Bohrmaschine gespannt. Zum Ende der Bauzeit werden die großen Schiebebilder auf dem Schiffsrumpf montiert. Ein einfach gehaltenes und dennoch sehr ansehnliches Modell ergänzt nun die Sammlung von Schiffen.